Ja Freunde, willkommen zu einem etwas anderen Video. Heute nicht von meinem Setup, nichts aus dem Stream und auch nicht irgendwie aus Minecraft, sondern hier in Real Life. Es geht heute um den Piss-Skandal. Ich habe ja einen Tweet gemacht, wo ich gesagt habe, dass mir auf den Rucksack gepinkelt wurde. Wirklich, kein Witz. Mir wurde auf den Rucksack gepinkelt. Und bevor ich sage, wo das passiert ist und was genau da war, wer das war etc. Erstmal ganz kurze Backstory. Vergangen der Woche war ja bekanntlich die Gamescom. All in all war die Gamescom 2023 ja eigentlich eine geile Erfahrung für mich. Ihr habt ja bestimmt schon die Insta-Bilder gesehen und die zahlreichen Storys, die ich in den Tagen hochgeladen habe. Ihr wisst ja, es kamen keine Streams. An sich alles fein, aber am Samstag hat sich dann doch etwas ereignet, womit ich überhaupt nicht gerechnet hätte. Neben der Spielemesse, wo die meisten übrigens nicht mal wegen der Spiele hingehen, gab es jeden Tag Veranstaltungen, Aftershow-Partys, Einladungen von irgendwelchen Leuten, irgendwelchen Creatoren, irgendwelchen Agenturen. Geil. Ist ja eigentlich an sich toll und da hat sich jeder gefreut hinzukommen. Doch an einer dieser Veranstaltungen oder Aftershow-Partys ist was passiert. Damit hätte ich nicht gerechnet. Kurzer Disclaimer nebenbei, das Experian Saturn in Köln ist eine richtig, richtig geile Butze. Ein geiler Spot für Veranstaltungen, bisher immer gute Experians dort gehabt. Die Leute dort sind ultra nett und ich habe auch noch nie irgendwas Negatives über das Experian sagen können. Auch heute nicht. Bezüglich des Skandals trägt weder die Security die Verantwortung, dass das passiert ist, noch die Mitarbeiter oder irgendwas, was mit dem Experian zu tun hat. Denn das konnte man nicht verhindern. Es sind überall Kameras ausgerichtet und es waren genügend Leute da, die aufgepasst haben. Also bitte nicht dort die Schuld suchen. An der Stelle, wenn man einen Shoutout an Experian Saturn in Köln, am Hansaring 97. Leute, geht da hin, ist ein geiler Laden. An jenem Gamescom Samstag konnte man dann nach der Messe ganz entspannt auf einen Drink oder irgendwas zu essen. Relativ günstig sogar. Rein steppen ins Experian in den oberen Bereich. Da konnte man dann chillen. Es gab auch noch Codes irgendwie für Tickets oder sowas. Von 19 bis 21 Uhr konnte man da dann auch als Nicht-VIP, was ein VIP ist, dazu komme ich gleich, reingehen und Party machen. Feiern, chillen, zocken, whatever. Ihr müsst euch vorstellen, nach 21 Uhr wurden dann nur noch Leute reingelassen mit besonderen Tickets oder Leute, die als VIPs galten. Also die Leute, die auch unten in den unteren Untergeschossbereich reingehen durften. Creators and Friends, merkt euch das Wort, wurden da reingelassen. Die Rolltrap runter und dann gab es da Fat Party, geile Getränke. Ey, das war einfach wirklich cool und da waren so viele Leute, die man kannte. Es war einfach wirklich ein Paradies. Das Kontingent der Gästeliste war sowieso schon überlastet, deswegen kein Wunder, dass es so überfüllt war. Leider konnte ich meine Freunde nicht mit reinnehmen. Es war aber okay, weil im Endeffekt, auch wenn ich alleine da war, ich kenne da so viele Leute. Es war ein richtig, richtig geiler Abend an sich. Ihr müsst euch vorstellen, es gibt einen oberen Bereich, da konnten dann alle Nicht-VIPs und VIPs hin. Und es gab auch einen geilen Outdoor-Bereich, da waren auch eigentlich voll viele am Start. Unten, bei den Rolltreppen, bei diesem VIP-Bereich, kam man auch wirklich nur mit so einem Band rein, mit so einem Experian Creators and Friends Band. Das hat man bekommen, wenn man irgendwie durch Connections da als VIP, als Creators and Friends galt. Da in den unteren Bereich auch nur ausgewählte Leute rein durften, geht man ja eigentlich davon aus, dass da alles fein ist, dass da keiner randaliert, dass da nichts passiert, ne? Ja, denkt man eigentlich. Ihr müsst euch vorstellen, da unten war es relativ warm, ne? Das ist klar, da sind 100 Leute, 150, 200 Leute, keine Ahnung, Stoffboden, ganz viel Technik, Heizung, whatever. Und es ist übelst heiß gewesen. Natürlich legt man da seine Sachen dann ab. Also, was ist die logische Schlussfolgerung? Man legt seine Sachen ab. Irgendwo in der Ecke, wo halt nicht so viele Leute sind. In unserem Fall war das rechts neben dem DJ-Pult. Ihr müsst euch vorstellen, es gab quasi diese Rolltreppe nach unten und um diese Rolltreppe herum gab es da sozusagen diese Area, wo man rumlaufen konnte. Da gab es dann eine Bar, da gab es dann Getränke, einen extra Kühlschrank, da gab es PCs, überall PCs. Einen Tisch mit irgendwelchen Goodies, übel coole Idee auch an sich. Also generell, die Party war richtig gut organisiert. Dann gab es da noch einen DJ-Pult und einen Dancefloor vor diesem DJ-Pult. Ihr müsst euch vorstellen, rechts vom DJ-Pult war so eine Wand. Auch an dieser Wand ist, by the way, die Toilette gewesen. Wir sind also wirklich so 10 Meter daneben. Da haben wir unsere Sachen abgestellt. Geht ja nichts schief, ne? Da guckt keiner hin. Das sind eh nur Creators and Friends. Merkt euch das Wort nochmal. Nennt mich jetzt ruhig naiv, aber man rechnet ja nicht damit, dass da irgendwas gemacht wird mit. Also, dass da was geklaut wird, damit rechnet man nicht. Und auch vor allem nicht, dass da draufgepisst wird. Also legen wir unsere Sachen ab und feiern. Es waren coole Stunden. Ich habe mich mit Leuten unterhalten, getanzt. Es hat Spaß gehabt. Es war so ein cooler Abend. Und dann, plötzlich, ich gehe gerade so diese Rolltreppe wieder runter, nachdem ich oben bei ein paar anderen Leuten war. Cars Crafters Beleitung rennt mir entgegen und sagt, tian, 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 du glaubst nicht, was passiert ist. Und ich so, ja was, keine Ahnung, ja, ich habe gerade Spaß. Ich denke mir, ja, lol, was soll denn passiert sein? Die Begleitung sagt einfach zu mir, yo, unsere Rucksäcke wurden angepisst. Und ich denke mir so, nee, du trollst mich. Du machst gerade Witze, ne? Ich habe das wirklich nicht realisiert. Ich gehe also mit der Begleitung hin zu unserem Spot, wo unsere Sachen waren und ich rieche schon wirklich meterweit entfernt davon. Es riecht hier übelst nach Urin. Und ich konnte es nicht glauben. Das war so surreal für mich, weil es war ja nicht mal so, als wäre es jetzt irgendwo auf der Gamescom gewesen. Nein, das war bei einer Creators and Friends Party unten im VIP-Bereich, wo Leute eingeladen werden, wo Leute persönlich eingeladen werden von den Veranstaltern, weil man sich kennt, weil man sich mag. Und das sind fast alles namenhafte Leute gewesen, die da irgendwie am Start waren. Da denkt man ja nicht, dass sowas passiert. Ich nehme das Ding in die Hand, es trieft, es tropft unten, alles nass. Ich gucke rein, alles, mein Creator-Ticket, down. Ja, ich habe hier eine Pinnwand, da hängen meine ganzen coolen Erinnerungen und Tickets. Das Creator-Ticket für dieses Jahr kann ich wegwerfen, komplett durchnässt. Mein Zweit-Handy, komplett durchnässt. Es geht, by the way, nicht mehr an. Mein Portemonnaie aus Leder, komplett durchnässt. Ich habe es jetzt komplett reinigen lassen. Es ist, hey, ich weiß gar nicht mal, ob da noch irgendwelche Partikel dran sind, wahrscheinlich schon. Meine Brille, die hier oben ist, Prada, teuer für meine Verhältnisse. Ich kann mir das nicht einfach so kaufen. Bedeutet mir viel, durchnässt. Klamotten, durchnässt. Parfüm, Deo, Schlüssel, alles durchnässt. Ich konnte meinen Augen nicht glauben. Ich habe wirklich mit allem gerechnet. Ich habe mir gedacht, dass irgendjemand mich prankt. Es war wirklich, ohne Witz, Leute, es war nicht realistisch für mich. Ich habe mir gedacht, ich bin im falschen Film. Ab diesem Zeitpunkt war wirklich der Tag für mich gelaufen. Ihr müsst euch mal vorstellen, wie primitiv das ist, ja. Es ist jemand wirklich auf dieser Party, säuft sich voll, keine Ahnung, was der Hintergrund dahinter ist. Selbst wenn er besoffen war, rechtfertigt das überhaupt nichts, weil jemand, der sowas besoffen macht, der würde sowas irgendwie zu einem kleinen Prozentteil auch nüchtern machen. Schreibt mal dazu eure Meinung gerne in die Kommentare. Es ist crazy. Mir fällt kein Grund ein, wieso man das tun sollte, zumal da direkt daneben die Toilette war. Beide Toiletten waren direkt daneben. Cars Crafter hat auch noch sein Shirt ausgewaschen, was da auch vorher gepinkelt wurde. Auf jeden Fall sind wir dann zum Security hin, haben das gemeldet, haben gesagt, wo das war, etc. Ich habe auch mittlerweile mit ganz vielen Leuten, die da arbeiten, geschrieben und so. Ey, wie gesagt, Experian, sausau nette Leute und die kümmern sich wirklich drum. Die haben sich auch bei mir entschuldigt. Hätten die gar nicht machen müssen, weil die tragen ja gar keine Verantwortung dafür, aber übelieb. Ich habe auf jeden Fall das Ding gesagt, habe eine Tasche netterweise vom Saturn bekommen und ich bin dann auf jeden Fall nach Hause um 6 Uhr. Zwei Stunden später klingelte der Wecker, denn wir mussten um 10 Uhr auschecken. Das heißt, ich bin mit meinen vollgepinkelten Sachen für weitere 24 Stunden noch irgendwie in Köln auf der Gamescom und sonst wo. Habe auf jeden Fall die Pisstüte mitgenommen. Auf der Gamescom haben sich zahlreiche Leute drüber lustig gemacht, das hat sich so ein bisschen rumgesprochen. Deswegen ist es wahrscheinlich auch ein kleines Thema auf Twitter geworden, nachdem ich das dann gepostet habe. Das hat natürlich viele gewundert, viele wollten wissen, wer es war. Kleiner Einschub, wenn das hier jemand von euch sieht da draußen, der auf der Party war, ey, schreibt mir doch gerne eine DM, falls ihr wisst, wann das war, wer das war. Wäre superlieb, schreibt mir einfach auf Instagram, at tian.tv heißt ich da, würde mich sehr freuen. Kommen wir nun zum Täter der ganzen Geschichte. Ihr habt vielleicht meinen Tweet gesehen, wo ich gefragt habe, was ihr davon haltet. Soll ich den Namen preisgeben, soll ich es nicht? Denn wir haben auf der einen Seite dieses Verantwortungsbewusstsein. Ich will schon irgendwie klären, wer es ist und ich will den Leuten Bescheid sagen, ey, ladet so jemanden vielleicht nicht mehr auf eure Party ein, weil so jemand ist einfach eine Gefährdung. Ja, ist halt so, ne? Also, wer will schon jemanden auf einer Party haben oder auf irgendeiner Veranstaltung, der die Sachen, das Eigentum von anderen anpisst? Das ist so primitiv und asozial, das kann ich gar nicht in Worte fassen. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch die Karriere dieser Person komplett in meiner Hand. Ich könnte jetzt den Namen droppen und er würde komplett gecancelt werden, ne? Ihr Partner würden abspringen, irgendwelche Influencer würden sich von ihm distanzieren, etc. pp. Und ich meine, wir reden jetzt wirklich von Leuten, die wahrscheinlich namenhaft sind. Da waren zwar ein paar Begleitungen dabei, aber wer würde sich sowas trauen? Das ist halt wirklich krass. Ich kann es mir nicht erklären, wie man so blöd sein kann. Jetzt gerade, wo ich das Video aufnehme, sehe ich, dass 1814 Leute abgestimmt haben bei meiner Abstimmung, ob ich den Namen droppen soll. Davon waren 78,1% bei Ja, 11,7% bei Nein und 10,1% bei Weiß ich nicht. Und alleine, dass 10,1% bei Weiß ich nicht liegen, sagt eigentlich schon ziemlich aus, dass das Ganze nicht so eine leichte Thematik ist. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, diesen Namen, auch wenn ich ihn im Nachhinein herausfinden sollte, nicht zu droppen. Das Ding ist, es ist einfach zu blöd und zu riskant. Und ich will nicht, dass das Ganze auf mich backfiert. Und ganz ehrlich, es ist es nicht wert. Rache ist süß, sagt man ja immer so schön. Und klar, Rache ist gleich Genugtuung, persönliche Genugtuung. Und das tut natürlich gut, wenn ich weiß, ha, Täter XY, der meine Sachen vollgepinkelt hat, der kriegt jetzt richtig auf die Eier. Nur das Ding ist, was bringt es mir? Bringt es mir meine Sachen zurück? Nein. Bringt es mir meinen Rucksack zurück? Nein. Ich habe jetzt keinen Rucksack, aber ich hole mir einfach einen neuen. Wenn ich diese Person irgendwie noch erfassen sollte, wenn irgendwie durch irgendwelche Hinweise, vielleicht von euch da draußen, wer weiß, dazukommen sollten, dann werde ich diese Person konfrontieren und das Ganze hinter der Kamera, privat, hinter den Kulissen klären. Es könnte natürlich sein, und das schließt sich nicht aus, aber es könnte natürlich sein, dass da Wege gegangen werden, privat, weil sowas geht einfach nicht. So Leute gehören nicht auf Events. Da kommen wir jetzt wieder zum Thema Cisco G-Philo, ne, du kommst hier nicht rein, aber nein, es geht wirklich einfach nur darum, diese Leute nicht mehr auf so ein Event zu lassen und ich glaube, das ist wirklich ein berechtigter Grund. Deswegen, Leute, ihr werdet vielleicht nochmal irgendwo was von mir zu dieser Thematik hören, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das hier ein Erklärungsvideo zu dem Ganzen gewesen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Einblick in die ganze Thematik gegeben. Die Gamescom-Tage sind Schnee von gestern, es war eine geile Zeit und checkt dahinter, fertig ist. Ich freue mich jetzt auf die weiteren Streams, auf die normalere Zeit, auf ein normales Leben. Schreibt bitte eure Meinung zu diesem Thema in die Kommentare, mich würde es wirklich interessieren. Hättet ihr an meiner Stelle den Namen gedroppt? Hättet ihr es doch lieber gelassen? Und was haltet ihr generell von der Thematik? Wie fandet ihr das Video? Schreibt es gerne unten rein. Wir sehen uns auf Twitch oder sonst wo. Ciao, ciao.